Hallo, ich bin's LP Passy 96 und ich werde jetzt mal was ganz Neues let's playen. Also wieso sage ich Neues ist, das ist einfach nur, ähm, ja, es ist nicht bleib, aber ich werde es 100% schaffen. Also ich werde es 100% machen. Also, fangen wir an. Ja Mario, wir werden jetzt letztes, letztes Play. Ja, die Dornen beginnen, wie immer mit Mario und Peach. Doch, ein Kuchen konnte er aber, hallo, die Kuh-Bollinger, keine schöne Überraschung für Peach, die nahmen sie mit. Stehen sie denn nie auf? Ich glaube nicht. Bam. Rein damit. Ja, und jetzt heißt es wieder, Peach zu retten. Und das zum, das zum Überlegen, 20. Mal? Das ist der erste Part. Boah, ich weiß nicht, wie der heißt, ich glaube, der heißt, ähm, ja, das ist egal, wir fangen jetzt mal an. So, wo war der erste Stern nochmal? Warte mal, ich mach mal ein Leben. Und ich weiß nicht, wie der erste Stern kommt. Und ich weiß nicht, wie der erste Sternmodell ist. Egal. 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 Erste Starcoin. ein er hat scheiße wir haben einen bei dieser bei der Sonne 3 3 und da kann man abstand bekommen 4 auch ja ich bin zu spät gekommen wollte mich jetzt ärgern k k k k k ok k 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 Trotz oder? Nee, noch nicht. Jetzt noch nicht. Der kam, glaube ich, bei... Ja, genau, beim Yoshi-Level. Number Two. Nee, ich behalte ihn. Mit Sicherheit. Hör auf zu tanzen. So, da oben ist jetzt die nächste. Ey, kann ich eigentlich fast so hoch? Nee, ich glaube nicht. Nö. Doch. Warte. Na. Hey. Ja, Mann. Und das bringt schon um. Hey, geil, da bin ich in München. Ja. Und hier gibt es noch ein... Ja, da kann man auch nicht... Leben zucken. Ja, scheiße. Ja, scheiße. Ja, scheiße. Und noch mal eins. Natürlich. Aber wir haben einen Sternkei verpackt. ganz einfach. Das erkennt man sofort. Hier drin. Und dann gibt es noch ein Secret Axis. So, da kann ich runter. So, da komm ich noch, okay. Komisch. Könnte man auch nicht hochkommen, oder? Nee. Nee, doch, nee, ist okay. Nö, du kleiner Sack! Ach, du kleiner Sack! Egal. Das kann das ein bisschen dauern. Nee. Na, man muss gucken. Secret Axis! Es war kein Secret Exit ausgetrickt. Also es weiß eigentlich jeder, dass es mein dritten Level ist. Also, versuch's nicht erst. Das bringt nur Unglück. Das sind nur 7 Münzen. Oder waren's 8? Das waren glaube ich 7. Na? So, ich werde jetzt natürlich das machen. Völlig klar. Wie gesagt, ich will einen Let's Player, der spielt Angst nur... Mario. Das hat heißt, Mitzke und Fail durch die Mario Welt. Du, jetzt werde ich erstmal... Ja. 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 Komm, 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 komm. Das nämlich... Aha. Na, deine Mama. Mist. Man sollst was mal andersrum. So ekelhaft. Ihr seid ekelhaft. Ja, nicht. Ja, dann meinst du nicht. Und ich hab halt mal geholfen. Aber wie gesagt, ich versuch 100 Prozent. Ob es 100 Prozent werden? Wer fährt 98. Aber ihr habt ja gesehen, ich hab eine... Eine Datei vollgab. Oh nein! Oh man! Scheiße, das war nicht. Das war ein Fake. Ja. Ja. Oh, hier gibt's ein Trick. Da kriegt man... Ups. Hier kriegt man richtig viele Leben. Den kann ich euch euch damals zeigen. Als extra. Mach mal das so? Ja. Okay. Das war ne Dummeheit. Das war ne Dummeheit. Das war ne Dummeheit. Das nämlich... Na man... Ne. Wie du stirbst. Nicht bei der Ersten Welt. Da will ich nicht einmal sterben. Ja, da wird natürlich dann mit der Kriter ist zum Beispiel nicht groß. Nein, das machst du. Deine Mama. Uh. 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 Nicht. Nein. Nein. Shit ist da. Ach scheiße, genau. Ich hab ne Starcoin-Feldpads. Hast du? Oh, Pads ist noch da. Cool. Glück gehabt. Oh, war die nochmal, weil die hier um... Nee, das war das Krieg mit extra da um. Scheiße, genau. Äh. Ja. Mist. Witz. Verhältnis. Dass ich mir erst mal... Nein. Ich hab ne... Die. Das hast du... Das war nicht. Das hat blöd gesagt. Höllenlos. So, wo ich das hier... Nee, da war die auf jeden Fall... Ich bin hier 1000% sicher. ja 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 m m ja alle leute ich habe ein zweites Tag kommen 8 nachhaltig war noch ein Stück weit so knapp und ich werde jetzt wirklich nicht ich brauche weil hier unten werden jetzt gewartet wird die die Karte eingefallen nein auch schon okay der Zeruhrer der Zeruhrer die Verlöschung ich habe nur den Karten kurzen Schnitt gemacht und werden an bei ich wollte eigentlich gerade sterben gehen aber ihr seht alles noch normal alles neunzehn Leben noch und wie gesagt ich werde dann noch einen extra Part machen auch scheiße ich muss mich ein bisschen beeilen jemand darf nämlich über 15 Minuten das Pläne Hallo ja und hier ist das wie Chris Geschafft okay also bis zur nächsten Part Ciao